Wie viele Leute seid ihr eigentlich insgesamt beim Minigolfen? Was ist das für ein Modus? Ich habe es noch gar nicht mitgekürzt. Wahrscheinlich so ein Deathmatch oder was? Was ist das denn? Da sind Spuren. Da oben. Da. Da sind Kids vier Erwachsene. Oh, das passt doch. Das hört sich nach einer netten Runde an. Das ist ja auch nicht so heiß. Passt das ja auch. Das ist ja auch nicht so heiß. Scheiße. Da ist mein Kollege in Ruhe. Ahaha. Ich brauche Hilfe. Ja, Mann. Oh, das wird knapp. Scheiße. Ich brauche Hilfe. Naja. Bisschen Schwund ist immer. Oh, jetzt bin ich der Letzte. Fuck. Nein. Tust du mich? Guter doch. Aber cooler Modus, um mal ein bisschen Stufe 3 Monster zu üben. igue dran. Da ist ein Radvog. Ja. Ich fühle mich her. Du kennst. Ich trage ihn. Du kennst nicht nur noch. Wie sicher ist das, was ich nicht aufgefallen. Das war gegen den Geist. Ich fühle mich einfach. Was ist das? 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 Ah, jetzt bewacht das Monster meine Leiche oder was? Ja, nice Die gleichen Soundbugs sind immer noch drin Schade Und ich weiß auch immer noch nicht, wer man die Kuppel aktiviert Ja, ich spiel mit Pat Was ist das? Aber ich werde, denke ich mal, wenn ich das öfter spiele, ich würde schon auf dem Außen-Taster Die ist gerade ein bisschen bequem haben die Kuppel Die ist gerade ein bisschen bequemer mit Pat Kein spieler Kein spieler einladen Ich nehme mal, ich nehme mal einen Trapper Nein, ich will einen Trapper Ich nehme mal einen Trapper Ich nehme eine sauer und wenn ich noch immer noch bezahlen Hank. Dann nehme ich mal Hank. Was gibt es denn für Skins? Ich kriege immer noch keine Münzen abgezogen. Mir soll es recht sein. Ja, nehmen wir mal den teuren Scheiß. Was soll der Geiz? Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, aber es ist ja in Ordnung. Geile Brille. Geile Brille. Geile Brille. Geile Brille. Geile Brille. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt hauen wir den Monster auf die Fresse, habe ich gehört Scheiße, ich glaube das Ding konnte fliegen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das reimt sich sogar Ich meine, das wäre B gewesen oder so, aber immer nur einer kann die Kuppel machen, wie gesagt, das ist zu lange her, alles Ähm, Monster Spuren Sie sind auf einmal weg, die sind auf einmal weg, ich folge einfach mal den anderen, das kann ja nicht schaden Es sei denn, die sind genauso dumm, wie ich Hier, er ist hier, ah ok, nicht die Gerichtung Mein Blut auf einmal weg, also und die vemosen, die näht, die haben, nicht die Ausgradung der nadie вари Und ich weiß, wie eben die Sch Utsch! Lava. Der Boden ist Lava. Der Letzte, wie immer, bin ich. So, was ist denn hier? Was ist das? Ist das nur ein Schiff oder was? Die Leine ist gerissen. Vergib du mit mir gerade. Es ist die Arbeit, es ist klar. Vorher gebe ich dir noch einen mit, du dummes Sau. Ich hoffe, ich kann den hier rum den Weg abschneiden. Ich kenne die Map nicht. Selbst wenn ich die kennen würde, hätte ich es vergessen. Pff, wie scheiße das auf sich. Mal hier durch? Natürlich nicht. Verpiss dich! Das Monster ist rein! Mach dich! Kuppel bereit! Seil gekappt! Monster in der Kuppel! Ich hab mein Ziel verwegt! Zeit für einen Verschmack! Jetzt ist es schon wieder. Alles ist ein Schiff. Zwei in der Kuppel par respekt. Wenn ich nicht, da werden! Nicht so, die keine Jesper von sich. Er ist verbunden. Das ist nicht so, was ich. Ja! Das ist das? Was hat sich nicht so? Oh oh. Ja genau, bleibt in meinen Faktor. Ich hab ein guter Wohne für dich. Es ist Frühstückszeit. Was gibt's denn bei euch heute schönes Haufengrill? Oder ist das eher so die Standardpost, die die meisten machen? Was ist das für mich? Was ist das für mich? Was ist das für mich? Was ist das? Ihr müsst mal diese langen, süßen Paprika kaufen, dann längs halbieren, dann so ein bisschen Ei reinmachen mit Speck und dann mit Parmesan drüber und das mit Alufolie auf dem Grill, das ist so geil. Bei mir gibt es irgendwie heute so Spieße mit Hähnchenfleisch, die hatte ich gestern schon eingelegt. Ja, ganz normal Standard halt Rum Steak und paar Würstchen. Ich habe noch gelbe Zucchini da, die hat ein Kollege angebaut, da hatte ich auch schon überlegt, ob ich die irgendwie fülle mit irgendwas. Dazu halt, keine Ahnung, ich mache so Kartoffelspalten noch auf dem Grill und ein bisschen Brot. Viel zu viel für zwei Mann, aber es ist ja immer so. Den Rest grünlich morgen, wenn da was übrig fällt. Boah, falsche Richtung, verdammt. Gas! Was kartet? Ah. So, die Map gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Das sieht alles so gleich aus. Ich glaube, ich werde mal vor einer der nächsten Runden probieren, das Monster zu spielen. Ja, steppe! Das Ding ist festgedagelt! Angriff! Monster in der Kuppel! Da, wir haben ein Signal! Das Ding ist festgedagelt! Angriff! Monster in der Kuppel! Da, wir haben ein Signal! Moiger raus! Ja, wir haben ihn noch nicht mehr. Was ist denn? No, das ist! Der Angriff ist wichtig! Das ist wichtig! Das ist wichtig! Was ist denn? Das ist? Woher da? Ist ja nicht gerade wieder? Alter! Wir haben es ein Kill! Wir haben wir! Das wird nicht so gut! Und dann? Ich bin der Hahn mit dem Himmel im Auge. Ich bin der Hahn mit dem Himmel im Auge. Heils werden nicht gelang. Das war's, Leute. Das Ding ist frei. Das ist kein Hektischwacht. Jetzt, bitte. Fack ich auf! Ah... Es wird knapp... Ah... Weiß... Ich habe dich! Es wird schwer! Ich habe dich! Es lebe die Technik! Let's go Master Porter! Verstärkung im Anflug Okay, wo ist das Monster? Let's kick some ass! Scheiße! Ja! Scheiße! Alles Scheiße mit der Scheiße! Hey! Hey! Ist der gelieft oder was? Geil! Erste Match gewonnen! Ohne was dafür zu tun! Geil! Geil!